Ja, wir werden heute das Beintraining machen. Voller Bulle. Mal die Haxen wachsen lassen. So schaut's aus. Jawohl. Da sind schon Haxen, ne? Wie ein Pferd. Ja, das ist ja jung, motiviert, isst wie ein Scheuntrescher und dann wächst er halt auch, ne? Die werden auch irgendwie nicht fett, so ein bisschen. Aber hier, da sind noch so... Teilungen. Guck mal. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ist auch richtig so, ne? Ja. Also Fett brauchen wir nicht, gell? Nee. Wir sehen hier drei Scoops, Booster und jetzt im Training 20 Gramm EAAs und Cluster Dextrim 30 Gramm. Und noch ein bisschen Salz haben wir noch drin. Was sagt der Coach dazu? Passt das so? Das passt. Also die Kohlenratte brauchen wir halt. Schnelle Kohlenratte, Cluster, dann EAAs. Das sind auch wichtig. Und ein bis zwei Gramm Salz. Alright. Dann wird's voller frei. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen warm, ein bisschen mit Beinstrecke. Und dann geht's ab an die Hackenschmidt. Teilst du das auf den Quadrizeps und Beinbeuger oder wie machen wir Training jetzt? Wir machen alles. Alles in einer Beinsession? Genau. Das ist stabil. Ja. Was sagst du dazu, wenn die Leute das so teilen? Macht das Sinn oder weniger? Ich meine, macht auch Sinn. Aber wenn du die Vorder- und die Rückseite machst, wollen wir sagen Montag und Donnerstag oder so, ne? Dann hast du nur ein Beintraining in der Woche. Was willst du denn, wenn du den Muskel einmal die Woche trainierst? Alle sieben Tage, wie soll der denn wachsen überhaupt? Wenn du alle fünf Tage den machst oder alle vier Tage, das geht dann schon, ne? Aber alle sieben Tage? Oder man kann auch so machen, dass man einmal die Vorderseite macht. Schwerpunkt Vorderseite, ein bisschen Rückseite. Und dann anderes Training mehr Rückseite und, also Schwerpunkt Rückseite und ein bisschen Vorderseite. Aber das ist dann auch noch zu wenig. Also am besten zweimal die Woche die Beine richtig durchballern. So, dann machen wir erst einen Arbeitssatz. Wir machen da schon noch ganz voll, oder? Ja, ja, 80 Kilo erstmal. Ja, ja. Wir steigern uns pro Satz, ne? Ja, pass. Wie viele? Hocharbeiten. Wie viel Wiederholung oder wie viele Sätze? Wiederholung. Wiederholung? Keine Ahnung. Wir machen, ich sag's dir, wann du aufhören sollst, okay? Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Halbzeit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Noch drei. Acht. Neun. Und eine. Und hoch. Jawohl. So, langsam wird der Muskel warm, oder? Ja. Langsam, langsam kommen wir der Sache näher, ne? Das ist schwer, oder? Ja. Das ist schwer, oder? Das ist schwer, ja. Also du kannst erst noch ein bisschen so atmen, bis die Atmung flacher wird, ne? Sonst wird das nichts mit dem Satz. Ja, ich bin ja fast 30 Kilo schwerer wie beim Wettkampf. Habe jetzt 100 Kilo, 110 Kilo morgens. Das ist auch richtig so, ne? Ja klar. Wir wollen ja wachsen, ne? Ja, ich meine nur, der Kleid kriegt ein bisschen schwerer Luft. Ja. Dafür hast du halt mehr Kraft, ne? Geistesfreiheit. Und mehr Muskelgefühl halt. Ja, ja. Aber du bist halt im Wachstum. Ja, Kraft explodiert. Wir müssen die Classic voll machen, die Classic Physik. Was haben wir da für ein Gewicht? 96. Und was war dein letztes Wettkampfgewicht? Ja, beim ersten 82 und eine Woche später, da waren wir ein bisschen voller 85. Ja. Also haben wir ein bisschen... Über 10 Kilo haben wir auf jeden Fall. 10, 11 Kilo. Da haben wir, haben wir auf jeden Fall, bisschen Luft noch. Bist du noch jung? Ja klar. Wer bist du? 21. Ja, siehst du. Du? 29. Aber genau noch. Jetzt schon ein alter Mann los. Also. Quatsch. Komm. Auf geht's. Also jetzt gilt's. 120. Jetzt haben wir nochmal 40 Kilo mehr drauf gepackt. Jetzt musst du richtig zeigen, wie du kämpfen kannst. Richtig Vollgas. Du kriegst nichts geschenkt. Du musst dir alles erarbeiten. Du musst dir alles selber holen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Neun. Noch drei. Komm. Noch drei. Komm. Eins. Und noch eine. Jawohl. Hör. Sig. Hör. Auch das Schreien hört man das passt. Ja. Also Schreien tut er. Dann klappt das gut. Ja, er muss das Trikot hier sich verdienen. Um sie einfach mal vor mir rauszukommen. Und komm, voll Gas. Elf, weiter geht's, komm. Zwölf, noch drei mit Hilfe, komm. Und noch zwei. Und noch eine. Letzte jetzt, jetzt letzte. Komm, noch eine. Der letzte, komm. Jawohl, brutal. Das ist geil. Das ist geil. Scheiße. Der war gut. So muss das aussehen, ne? Kämpfen, bis nichts mehr geht. Gerade die letzten Wiederholungen sind die wichtigsten halt. Da ist eigentlich das, wo der Muskel wächst. Wenn nichts mehr geht, dann mindestens drei bis fünf Wiederholungen noch. Das reicht für heute, oder? Ich glaube, das reicht. So, das war's. Abonnieren. Abonnieren, da oben hoch. Wie viele Kalorien müssen die fressen jeden Tag? Ja, der Luca, also, wie viel haben wir jetzt, fünfeinhalb? Ja, passt. Also, irgendwann, wenn er noch größer wird, ne? Und noch mehr Muskeln hat, dann werden wir bei 7000 landen, schätze ich. Aber so bei fünfeinhalb ist er jetzt schon gut aufgestellt. Und was haben wir bei dir jetzt momentan? Vier und halb, je nach Trainingstag, oder? Genau. Und der Pascal ist ja leichter, deswegen, ne? Aber für ihn hat er auch brutal einen guten Stoffwechsel, der Pascal. Der kann auch sehr viel essen, wie der Luca auch. Obwohl er, wie gesagt, ein bisschen älter ist. Aber der Pascal ist halt noch... Stoffwechsel funktioniert noch. Der hat noch einen sehr guten Stoffwechsel, sehr gute Genetik. Und er ist quasi noch so wie eine Jungfrau im Bodybuilding, wirklich. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und dann machen wir jetzt einen Dropsatz, okay? Da haben wir noch eine Scheibe drauf. Ja, wir machen noch eine Scheibe drauf. Und dann machen wir immer zwei Scheiben runter. Das heißt, ne? Ah, scheiße. 2, 4, 6, 8, 160 Kilo haben wir jetzt, ne? Also ist jetzt nicht schlecht, ne? Also das ist schon ganz gut für sein Alter. Glaubst du, Luca würde es je auf eine Mr. Olympia schaffen? Also wenn er weiter so macht, wie jetzt. Und der Wille bleibt und nichts dazwischen kommt. Keine Frau. Was heißt Frau schon, aber die richtige. Und dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich oder ziemlich sicher. Das ist ziemlich sicher, ja. Gut. Komm, noch drei. Drei noch. Komm, noch zwei. Hoch. Und jetzt. Eine. Komm, hol den dir. Komm, komm, schaffst du. Jawohl. Jawohl. Gut, lass kurz ab. Machen wir zwei runter. Zwei. Und hoch damit. Hoch. Komm, 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 komm. Drei. Und weiter geht's. Komm. Bis nichts mehr geht. Komm, komm. Hoch. Bis nichts mehr geht. Komm. Hoch. Komm. Hoch. Weiter geht's. Komm. Jawohl. Jawohl. Passt. Guck mal. Hier. Wahnsinn. Brutal, ne? Schau mal hier. Eine Scheibe zum Schluss gehabt. Und die war schwer, ne? Ja. Also alles richtig gemacht, ne? So. Was ist denn eine? Machen wir? Äh. Wie viel haben wir vorhin gehabt? Jetzt haben wir zwei, vier, fünf, sechs. Eine kannst du noch so drauf machen, oder? Ja. Mach noch eine so. So. Genau. Und Vollgas. Eins. Zwei. Kämpfen. Drei. Vier. Komm. Beine. Hoch. Hoch. Jawohl. Mach runter, ja? Und jetzt. Letzter Durchgang. Komm. Bis nichts mehr geht. Schöne, fließende Bewegung. Schöne Gewicht mehr. Schöne Muskelgefühl. Jawohl. Immer schön Kontraktionen. Jawohl. Spannung drin lassen. Easy. Noch drei. Noch drei. Noch drei. Komm. Zwei. Und letzter. Eine. Hoch. Jawohl. Alter Schwede. Machen jetzt im Liegen. Vier Sätze. Also drei Sätze nochmal im Liegen Beuge. Und dann machen wir nochmal die Beinpresse dann halt. Ja. Muss man unter ein gutes Licht. Wo ist hier ein gutes Licht? Gut. Ich habe schon nur vier Scheiben erstmal ein bisschen warm machen. Wichtig ist, dass man ein bisschen die Sehne ein bisschen warm macht. Ein bisschen dehnt. Nicht gleich volles Gewicht. Gut am Arsch. Erste Übung, ne? Ja. Erste Übung, ne? Ja. Also ich habe echt schon Leute gehabt, die waren nach der ersten Übung schon auf dem Klo, ne? Und haben gekotzt. Wirklich. Die waren fertig. Manche, die mussten das dringend schon abbrechen, weil die ging nicht mehr weiter. Was? Kreislauf komplett runter. Käse weiß geworden. Richtig, ganz weiß. Kreideweiß. Und dann habe ich gesagt, wo geht das? Das war's dann, ne? Weil das ging ja nicht mehr. Also mehr ging nicht. Sonst, wenn die Bewusstlosen sind. Der kommt dann wieder in vier Wochen und dann gucke ich, ob er besser geworden ist oder nicht. Weil die Leute kommen zu mir so einmal im Monat oder wie gesagt alle vier Wochen zum Formcheck, zum Training. Und dann schaue ich einfach, ob die daran gearbeitet haben oder nicht. Ob es besser geworden ist, ne? Wie gesagt, das Training ist auf jeden Fall ausbaufähig. Man muss da rein wachsen. Wenn man so hart trainiert, umso höher du trainierst, umso besser wirst du halt. Weil das zählen immer die letzten drei bis fünf Wiederholungen, die du richtig so rausquillst. Da wächst der Muskel. Das andere, diese Spielerei und sowas, das so drumrum trainieren. Das ist einfach Reha-Training, ne? Das kann man vergessen, wirklich. Da kann man nicht wachsen. Da wachsen nur die haben die Fußnägel. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und jetzt ohne Halten fließende Bewegung. Zehn Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Zwei. Acht. Neun. Zehn. Gut. Langsam ablassen. Und denen. Denen. Jawohl. Dehnen. Dehnen. Bis zum Schluss. Kurz. Kurz so. Ja. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Da kann man noch mal Scheibchen mehr machen. Kann man noch mal Scheibchen mehr machen. Warum musst du am Ende dehnen? Ja. Ich meine, umso gedehnter der Muskel ist, umso größer kann er werden. Meistens die Leute, die verkürzt sind, die kriegen auch keinen Beuger. Zum Beispiel gibt es Leute, die kommen so weit runter, ne? Du musst richtig runter kommen können. So. So. Ne? Wenn du das nicht kannst, dann kriegst du niemals einen Beuger. Ja. Also die meisten guten Bodybuilder, die gute Beine haben, die sind auch gedehnt. Ja. Flexibler zum Beispiel, der kann auch Spagat früher. Ich habe auch Spagat gemacht, also die Dehnung ist so wichtig. Ja. Ist so. Das ist wie bei der Brust zum Beispiel. Wenn du hier nicht gedehnt bist, in der Außenrotation, kriegst du auch keine große Brust. Gerade du kriegst eine Brust, aber die geht so in sich rein. Und dann stehen die Leute immer so, weißt du so. So. Laufen so dann, ne? Ja. Typisch verkürzt, ne? So dieses hier. So Schubkarren, gell? Schiebst immer so einen Schubkarren vor sich hin, gell? So.